Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Perfekt. Die Zeit läuft, wenn du am Seil runterrutscht. Jetzt! Da liegst du gut. Genau. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich geh ihn erstmal aus dem Weg. Das gibt eine Glutsonne. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss allmählich los. Ich werde hier sein, wenn du dich prüfen willst. Das gibt es noch ein paar drücken. Ich werde hier sein.